Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von DIA Digital in 2023. Wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema. Es geht um die Pflege. Der Titel der Veranstaltung ist Strategie statt Schnellreparaturpflege langfristig denken. Und auf langfristig liegt hier die Betonung, denn es gab ja in der jüngsten, auch in der längeren Vergangenheit schon viele Reformen im Pflegesystem, aber das waren höchstens Reformchen. Auf lange Sicht ist die Pflege, das Problem in der Pflege, auch die Finanzierung, gerade auch vor der Herausforderung des demografischen Wandels immer noch unklar. Und wir möchten heute darüber sprechen, wie wir die Pflege langfristig sichern können und welche Strategien es dafür gibt. Und darüber sprechen wir heute mit unseren drei Gästen. Drei Gästen, ja, zu Gast ist bei uns Simone Borchardt. Sie ist seit 2021 für die CDU im Bundestag, ist dort auch Mitglied im Gesundheitsausschuss und sie ist Geschäftsführerin einer Pflegeeinrichtung für einen Wohlfahrtsverband und hat auch bereits Erfahrung als Führungskraft gesammelt bei einer großen deutschen Krankenkasse. Herzlich willkommen bei uns, Frau Borchardt. Vielen Dank für die Einladung. Zu Gast ist auch Maria Klein-Schmeinke. Sie ist ebenso Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 die Grünen, ist dort auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei und sie ist ebenso mit Frau Borchardt Mitglied im Gesundheitsausschuss. Hallo bei uns. Guten Tag. Und der letzte in der Runde ist Florian Reuter, Jurist und er ist Direktor des Verbandes der privaten Krankenversicherer PKFrau und ist dort bereits seit über 15 Jahren tätig. Hallo. Guten Tag. Vielen Dank. Ich bin Annika Schulz vom Deutschen Institut für Altersvorsorge und wenn Ihnen Fragen kommen während der Veranstaltung, stellen Sie die bitte über das F&A-Tool. Das finden Sie hier unten in der Leiste bei Zoom. Dort können Sie Ihre Fragen eintippen. Ich werde die dann sammeln und in Ihrem Namen an die Diskussionsteilnehmer stellen. Das können auch gerne Verständnisfragen sein. Wenn das inhaltlich passt, frage ich das auch während der Veranstaltung. Ansonsten machen wir am Ende der Diskussionsrunde nochmal eine kleine Fragerunde. Und wundern Sie sich nicht, ich werde, wenn die Diskussion jetzt losgeht, verschwinden im Bild und wenn eine Frage aufploppt, dann schalte ich mich wieder ein. So weiß mein Kollege Bescheid, wenn es eine Frage gibt. Ja, und damit möchte ich uns auch gar nicht weiter aufhalten und übergebe das Wort an meinen Kollegen Klaus Morgenstern. Er ist unser Sprecher vom Deutschen Institut für Altersvorsorge und wird die Diskussionsrunde heute inhaltlich moderieren. Ja, herzlich willkommen. Sie drei in unserer kleinen Runde und natürlich alle Zuschauer und Zuhörer. Ich freue mich, dass wir uns heute über die Zukunft und über die Strategie der Pflegeversicherung unterhalten können. Ich bin gespannt auf die Ideen, die in dieser Runde heute zum Gespräch zur Sprache kommen. Und vielleicht können wir ja ein paar Anregungen in Richtung Politik auch schicken, was in den nächsten Jahren in der Pflegeversicherung noch verändert werden könnte, damit wir endlich mal aus dieser Schleife herauskommen, die wir seit vielen Jahren inzwischen beobachten. Ich habe hier nämlich einen kleinen Verweis auf die Filmbranche erlaubt. Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man einen Filmtitel in abgewandelter Form auf unsere Diskussion heute zur Pflegeversicherung anwenden. Nämlich und täglich grüßt das Murmeltier. Im Falle der Pflegeversicherung ist es dann vielleicht nicht täglich, aber zumindest jährlich, weil wir immer wieder beobachten, es gibt eine ständige Begleiterscheinung der Pflegeversicherung. Die Zahlungen bleiben hinter der Lohn- und Preisentwicklung zurück. Die Belastungen steigen, die die Pflegeversicherung schultern muss. Die Finanzierung insgesamt steht auf tönernen Füßen. Und obwohl die Pflegesversicherung ja einer der kleineren Zweige ist, ist sie eigentlich der Zweig, der im Augenblick die heftigsten finanziellen Ruderbewegungen hat, im Vergleich auch zu den anderen Zweigen. Insofern lassen Sie uns am Anfang vielleicht eine kleine Manöverkritik machen. Es ist ja nicht so, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nichts reformiert worden wäre an der Pflegeversicherung. Im Gegenteil, es gab ja mehrfach Veränderungen. Es gab durchaus auch Verbesserungen. So haben zum Beispiel Demenzkranke durch Reformen erstmals auch Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten. Aber insgesamt blieben doch alle Bemühungen immer wieder in einem Punkt etwas schuldig, nämlich dass die Finanzen dauerhaft stabil geblieben sind. Das ist eigentlich in der Vergangenheit nie erreicht worden. Und deswegen würde ich gerne als Öffnungsfrage in die Runde Folgendes geben. Da würde ich auch bitten, dass alle drei von Ihnen einfach mal Ihre Meinung dazu sagen, welche entscheidenden Weichenstellungen wurden Ihrer Meinung nach bei den Pflegereformen, die wir bislang erlebt hatten, versäumt? Also was, wo, welche Weiche wurde nicht gestellt? Das würde ich gerne mal zur Eröffnung in die Runde geben. Wer möchte anfangen? Kleinschmeink? Genau, dann legen Sie los. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir dem Thema Pflege in unserer Gesellschaft zu wenig Aufmerksamkeit geben. Das muss man rundweg sagen und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal bezogen auf die Herausforderung, die sich stellt durch den Fachkräftemangel im demografischen Wandel einer älter werdenden Gesellschaft, dass wir zu wenig Vorkehrung hatten dafür, dass es einen Fachkräftemangel geben wird, bei gleichzeitigem Anstieg der Nachfrage nach Pflegeleistungen. Da würde ich sagen, hat sich diese Gesellschaft zu wenig und vor allen Dingen zu wenig nachhaltig mit beschäftigt. Es hat viele, viele Enquete-Kommissionen in allen Bundesländern gegeben zum demografischen Wandel, aber die daraus resultierenden Entscheidungen, die eigentlich nötig gewesen wären, sind aus meiner Sicht oft entweder gar nicht oder zu spät gemacht worden. Ich erinnere einfach mal daran, dass wir beispielsweise noch bis sehr, sehr lange für die Pflegeausbildung Kosten angefallen sind. Das muss man sich mal in anderen Bereichen dieser Gesellschaft vorstellen. Das ist nie so gewesen. Für viele, viele Bereiche, wo wir selbstverständlich Berufskollegs haben, ein Entgelt in der Pflegeausbildung und so weiter. Das musste erst in den letzten Jahren erkämpft werden und war schon eine Antwort darauf, dass es immer schwieriger wurde, diese Aufgaben wirklich erfüllen zu können, weil man nicht genug Fachkräfte und auch Hilfskräfte hatte oder aber auch die Qualifizierung von Hilfskräften hin zu Fachkräften zu wenig in den Blick genommen hat. Da ist einiges jetzt in den letzten Jahren passiert, aber zu wenig und zu spät, das muss man sagen und deshalb haben wir es mit einer großen Herausforderung zu tun. Das gilt erstmal bezogen auf die Versorgungssicherstellung und Sicherheit. Und das ist das, was die Menschen natürlich am meisten umtreibt, wenn sie das Gefühl haben, ich bin pflegebedürftig und es ist gar keiner da. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, den Sie jetzt ganz konkret angesprochen haben, die finanzielle Entwicklung. Die Pflegeversicherung ist der jüngste Zweig der Sozialversicherung und hat, anders als beispielsweise im Gesundheitswesen, wo wir einen klaren Anspruch auf Sachleistungen haben, den nie so konzipiert, dass der vollständig war, sondern immer eine Teilleistungsabsicherung war und vorausgesetzt hat, dass die Menschen aus eigenem Budget zuzahlen. Zusätzlich wurde angestrebt, dass man nicht mehr auf die Sozialhilfe angewiesen ist im Falle der Pflege, so war es ja vor der Einführung der Pflegeversicherung. Und dieser Mechanismus, der hat in Teilen gewirkt. Aber wir nehmen zunehmend wahr, dass Menschen zunehmend auf Hilfe zur Pflege angewiesen sind, weil einfach die Kosten von Pflege so hoch sind. Und da haben einige Vorgängerregierungen versucht, ein bisschen gegenzusteuern. Das war ja mit der letzten Reform beispielsweise so, dass die Eigenanteile in dem Sinne reduziert wurden, dass es Zuschüsse je nach Dauer der Pflegebedürftigkeit gab, die ja eingeführt worden sind. Die Kosten haben wir jetzt in dieser Wahlperiode erst zu spüren bekommen. Das ging aber gleich um einen doch deutlichen Anstieg von 3,7 Milliarden Euro. Das ist viel. Auch im allgemeinen Haushalt ist 3,7 Milliarden durchaus eine richtig nennenswerte Summe. Erst recht bei einer Pflegeversicherung. Und dieser Anteil wird natürlich zunehmen, weil wir ja jetzt auch bei den Eigenanteilen eine Anpassung, bei der Begrenzung der Eigenanteile und den Zuschüssen dazu eine Dynamisierung vorgenommen haben. Was aber fehlt, ist das, was wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben zur Stabilisierung der Pflegeversicherung, was ja bedeutet hat, einmal die Herauslösung der Ausbildungskosten aus den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen. Das ist eine große Summe. 1,7 Milliarden Euro reden wir derzeit darüber. Das wäre eine deutliche Entlastung der Eigenanteile und Aufwendung. Wir haben zusätzlich, dass die Rentenpunkte für pflegende Angehörige aus der Pflegeversicherung bedient werden. Da haben wir gesagt, das wollen wir steuerfinanziert haben, weil das ist eine Aufgabe, die steuerlich von der Gesamtgesellschaft zu tragen ist, genauso wie die Ausbildungskosten. Das zusammen alleine würde schon circa 6 Milliarden Entlastung bedeuten und würde für wir nach vorne gesehen doch auch hohe und höhere Stabilität für die Pflegebeiträge bringen und gleichzeitig auch eine Entlastung bei den Eigenanteilen. Zusätzlich haben wir ja noch vereinbart, dass die Behandlungsschläge herausgelöst und komplett auf die gesetzliche Krankenversicherung übertragen wird, weil es ja eigentlich auch kaum nachvollziehbar ist, warum das nicht der Fall ist, systematisch. Auch das würde noch mal einige Milliarden, zwei bis drei hatten wir mal in der Berechnung, kann sein, dass es heute schon mehr wäre bedeuten. Also ich will damit sagen, wenn diese Gesellschaft fairer mit den Pflegekosten umgehen würde, dann wäre die Pflegeversicherung auch nicht so stark belastet, wie sie derzeit ist. Das ist das eine. Das zweite ist auch das Bemühen darum, dass die Corona-bedingten Kosten, so wie im Krankenhausbereich auch, über Steuerfinanzierung abgegolten worden wären. Auch das eine Summe von circa fünf Milliarden Euro, die nicht refinanziert waren. Auch das hätte deutliche Entlastung bedeutet. Also ich muss an der Stelle sagen, da sind wir nicht so weit gekommen, wie ich mir das im Koalitionsvertrag gewünscht hätte. Das hat mit den vielfältigen Krisen zu tun, mit denen wir es zu tun haben. Trotzdem werden wir nicht nachlassen, diese Mechanismen einzufordern, weil es einfach auch ungerecht ist, wenn nur die Beitragszahler bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, statt die Allgemeinheit der Steuerfinanzierung. Ich nehme mal mit, fairer Umgang mit den Kosten der Pflegeversicherung sozusagen als zusammenfassendes Stichwort. Dagegen hätten Sie sicher auch nichts, Frau Borchardt, aber Sie haben sicher auch noch andere Ideen, vermute ich mal. Ja, ich komme mal in diesem Zusammenhang auf Ihre Ausgangsfrage zurück. Also es wurde in den letzten Jahren schon viel gemacht. Es wurde auch gesagt, wir haben von 2015 bis jetzt drei Pflegestärkungsgesetze umgesetzt. Und wie gesagt wurde auch, es sind gravierende Veränderungen vonstattengegangen. Wer sich erinnert, wir sind von Pflegestufen auf die Pflegegrade gegangen. Wir haben die Demenzkranken mit involviert. Es sind die Module eingeführt worden, die ziemlich zielgenau sind. Und das sind schon ganz tolle Veränderungen. Aber meines Erachtens sind wir jetzt an den Punkten, das fehlt komplett. Wir müssen das System wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Es nützt ja nichts, wenn wir jetzt nicht, wenn wir jetzt Beiträge sagen, okay, wir gehen nicht an die Beiträge, sondern wir nehmen Steuern. Das ist ja rechte Tasche, linke Tasche. Die Menschen werden ja immer weniger, die Steuern zahlen. Und wir müssen ja jetzt mal an den Punkt kommen, wo wir zukunftsorientiert und neu denken. Und dazu gehört für mich eben, dass die älteren Menschen, die die Leistung aus der Pflege beziehen, das wirklich nur noch die Leistung aus der Pflege beziehen, die es brauchen. Und da muss man sich ernsthaft die Frage stellen, und das erlebe ich im Tagesgeschäft, ist Pflegegrad 2 in allen Bereichen wirklich gerechtfertigt? Das heißt, sie müssen uns die Begutachtungsrichtlinien einmal genau anschauen. Und ich erlebe es immer wieder, dass auch Menschen mit Pflegegrad 2, ich sage mal, nicht unbedingt pflegebedürftig sind, sondern einfach älter sind und gewisse Dinge nicht mehr machen können. Und auch Pflegegrad 1, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Und wenn ich sehe, dass wir 2,6 Millionen Menschen haben, die einen Pflegegrad 1 oder 2 bekommen, dann reden wir da teilweise von Ressourcen, die wirklich enorm sind. Weil wir brauchen diese Ressourcen für die Menschen, die es wirklich brauchen irgendwann. Das ist nämlich dann Pflegegrad 4 oder 5. Weil wenn wir die nicht mehr versorgen können, dass Menschen, die liegen teilweise, die können sich nicht mehr bewegen, die sind auf Handahilfe angewiesen. Da müssen wir die Ressourcen dann irgendwo reinstecken. Und deshalb müssen wir das System neu denken. Weil wir werden es, so wie es ist, uns nicht mehr leisten können. Und da müssen wir, wie gesagt, nützen auch nichts, wenn wir mehr steuern oder mehr. Wir werden kein Personal, kein Fachpersonal mehr haben, wenn die Demografie richtig zuschlägt. Und deshalb müssen wir die Weichen jetzt richtigstellen. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch, dass wir die Pflege in den Kommunen stärken. Weil die Menschen wollen in der Häuslichkeit bleiben. Und wenn die in der Häuslichkeit bleiben können, dann fühlen sie sich da wohler. Sie sind seltener krank. Und sie müssen seltener in die stationäre Pflege, weil sie in einem gewohnten sozialen Umfeld sind. Wo die Kommune für sie, ich sage mal, so eine Art Tagespflege, Seniorenbegegnungsstätten haben, wo die älteren Menschen einen Tagesablauf haben, sich miteinander beschäftigen. Das ist für mich der richtige Weg. Und dann kann man ruhig das Geld und vielleicht auch mal das Thema Refinanzierung aus dem Präventionsgesetz mal in Frage stellen und sagen, was machen wir denn eigentlich damit? Das Thema Prävention ist doch lange nicht so angesetzt, wie wir es gerade machen. Ist das Geld nicht sinnvoller? In den Kommunen eingesetzt, wo wir an den Strukturen arbeiten können, wo wir die wirkliche Prävention ansetzen können, um damit Strukturen zu schaffen, damit wirklich die älteren Menschen in der gewohnten Umgebung bleiben und wir eben die Pflege frühzeitig verhindern und wirklich nur noch die Menschen in der stationären Pflege haben oder durch die professionelle Pflege pflegen lassen, die es benötigen. Das halte ich ganz, ganz für sehr, sehr wichtig. Und wir müssen uns natürlich auch der Finanzierung stellen. Unsere jungen Leute müssen heute schon wissen, wie finanziere ich meine Pflege fürs Alter? Und da kommt natürlich Herr Reuter gleich ins Spiel, weil wir brauchen Modelle, wo wir Versicherungen abschließen können, Zusatzversicherungen im jungen Alter für einen guten Preis, wo ich eben dann weiß mit 60 oder 70 oder 80. Da ist eine starke Versicherung im Hintergrund, die eben die Pflege im Ernstfall für mich möglich macht. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil diese ganze Generation kippt mittlerweile und wir wissen heute ja schon, dass wir auch im Krankenversicherungsreich das alles nicht mehr sicherstellen können. Da muss wirklich ein Umdenken erfolgen und das geschieht mir viel zu wenig. Ich könnte jetzt noch vieles sagen, was man bei der Pflege qualitativ verbessern müsste, um der Pflege das Leben leichter zu machen. Aber ich will Sie nicht gleich erschlagen mit allen Themen. Ja, also ich nehme mal mit. Ich hatte mir in der Vorbereitung auf das Gespräch heute auch Ihren Spruch aufgeschrieben, die Pflegeversicherung vom Kopf auf die Füße stellen. Da hatte ich mich gefragt, was meint Sie damit? Sie haben mir jetzt zumindest mal eine Richtung gezeigt, was Sie sich darunter vorstellen. Darauf kommen wir sicher nochmal. Aber ich möchte kurz vorher nochmal Herrn Reuter die Gelegenheit geben, dass er was zu der Weichenstellung sagt. Ich habe so die Vermutung, Sie beide sind vielleicht gar nicht so weit auseinander. Kann das sein, Herr Reuter? Ja, es gibt aber auch Überschneidungen mit Frau Klein-Schmeink, will ich es vielleicht noch drücken. Aber vielleicht nochmal der Blick auf das große Ganze, weil Ihr Titel ist ja auch, Sie wollen jetzt nicht die schnelle Reparatur, sondern die langfristige Strategie. Und dann ist es sicher auch richtig, erst mal zu schauen, was haben wir in der Vergangenheit nicht richtig gemacht. Also ich glaube, das ganz große Manko an der ganzen Entwicklung der Pflegeversicherung seit 94, 95 ist, dass man dem Umstand, dass Pflege extrem demografieanfällig ist, sowohl was die Finanzierungsseite angeht, im Umlageverfahren, als auch was die Leistungsseite angeht, einfach nicht genügend Beachtung geschenkt hat. Also wenn man sich mal ältere Selbstentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von 2001 anschaut, da wurde schon ganz klar gesagt, Vorsicht im Umlageverfahren, Pflege ist demografieanfällig, weil es eben extrem mit der Alterung abhängt. Man kann es mit einer gewissen Vergröberung, kann man sagen, bis Alter 80 gibt es fast kaum relevante Leistungen in der Pflege, dann aber ab Alter 85 ist halt jeder dritte Pflegebedürftig in Deutschland. Jetzt schon. Und wenn man sich anschaut, wie unsere Alterszusammensetzung aussieht, und das ist auch alles gar keine Überraschung, sondern das ist seit 30 Jahren bekannt, dann ist einfach klar, dass in den nächsten 20 Jahren massiv die Menschen in dieser Alter kommen und wir jetzt auch aufgrund des Renteneintritts der Babyboomer ab 2030 oder im Grunde genommen auch jetzt schon zum Teil eben auch auf der Beitragsseite extreme Schwierigkeiten haben, weil es diese demografische Entwicklung gibt. Und das Problem dabei ist, man kann die auch gar nicht mehr aufhalten, weil um das aufzuhalten, bräuchte man Mütter, die halt nicht geboren sind. Und dass das über Zuwanderung erleichtert sich ja an der einen oder anderen Stelle die Situation, aber wir bräuchten eine Dimension von Zuwanderung, die, glaube ich, ganz andere gesellschaftliche Schwierigkeiten mit sich bringen würde, um hier wieder zu einem gesunden Gleichgewicht zu kommen. Und das ist, glaube ich, das Hauptmangroh. Und wenn man sich die Reformen der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte anschaut, dann sind das durchgehend Leistungsausweitungen der Pflegepflichtversicherungen. Das ist auch sehr nachvollziehbar, weil man natürlich immer auch sehr stark auf den Versorgungsbereich geschaut hat, auf den Versorgungsbedarf, der mit der Zeit auch immer stärker differenziert wurde. Und die Frage, wie das refinanziert wird, die hat man im Grunde genommen nicht wirklich beantwortet, sondern man hat einmal profitiert von einer guten Wirtschaftslage, insbesondere jetzt in den 2010er Jahren fortfolgende. Und im Übrigen hat man die Beitragssätze erhöht. Wir sind 1994 gestartet mit einem Beitragssatz von einem Prozent in der sozialen Pflegeversicherung. Wir haben jetzt seit 1.7. einen Beitragssatz für Kinderlose, der liegt bei vier Prozent. Also Faktor vier, obwohl auch die Grundlage der Beitragsbemessung ja kontinuierlich mitgewachsen ist. Und man sieht es auch an den Leistungen. Wenn man da 2020 schaut, da hatten wir 15 Milliarden. Wir haben jetzt 50 Milliarden in der sozialen Pflegeversicherung. Da sieht man einfach die Dynamik, die da drin ist. Und ich glaube, man wird eine zukunftsfähige Pflege auch durch Reformen nur darstellen können, wenn man dieses Gap, was aus der demografischen Entwicklung her wird, wenn man das füllt und wenn man auch eine Antwort gibt, die auch gesamtgesellschaftlich akzeptabel ist, wie in Zukunft Pflege finanziert wird. Und da schaue ich insbesondere auf die jüngere Generation. Die Jüngeren werden nicht akzeptieren, dass die Beitragssätze irgendwie ins Bodenlose steigen. Und lassen Sie mich vielleicht noch zwei Anmerkungen machen, die dann vielleicht auch nach vorne zeigen. Das eine ist, ich glaube schon, dass die Pflegeversicherung den Punkt erfüllt hat, Entlastung der Sozialhilfe. Weil das hat jetzt gerade das Statistische Bundesamt nochmal in ganz neuen Zahlen auch veröffentlicht. Der Zahl derjenigen, die auf Hilfe zur Pflege, aus der Sozialhilfe angewiesen sind, der ist gesunken in den letzten Jahren. Und er ist natürlich auch massiv gesunken seit Einführung der Pflegeversicherung. Da hatten wir in der stationären Pflege ungefähr 80 Prozent Sozialhilfeempfänger. Und wir haben jetzt seit vielen Jahren konstant unter 30 Prozent. Das ist, glaube ich, ein, muss man einfach sehen, das hat schon funktioniert. Was wir aber parallel sehen, ist, dass die Länder, die ja eigentlich von dieser Entlastung profitieren, sich auch gerade im stationären Bereich aus der Investitionskostenförderung massiv zurückgezogen haben. Was dazu führt, dass die Pflegebedürftigen hier mehr zahlen. Der Eigenanteil, der durchschnittliche, nur für Investitionskosten liegt ungefähr bei 420 Euro. Das wäre eine massive Entlastung, wenn die Länder das übernehmen würden. Dann hätten wir ganz andere Diskussionen, würden wir nicht führen. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen würde, da vermuten Sie wahrscheinlich auch die Nähe jetzt mit Frau Borchert. Da Pflege extrem altersabhängig ist, eignet es sich hervorragend auch für einen Ansparprozess über Kapitaldeckung. Dass man nämlich wirklich sagen kann, jeder ist in der Lage, und zwar nicht nur der ganz Junge, sondern auch Ältere und Mittelältere, hier einen Eigenvorsorgebeitrag zu leisten über Kapitaldeckung, über Ansparen, um die Pflegekosten im Alter zu finanzieren. Ich kann das jetzt für die private Pflegepflichtversicherung sagen. Unsere 9 Millionen Versicherten haben seit Einführung etwa 40 Milliarden Euro angespart, um in Zukunft die Pflegekosten der Privatversicherten auch zu finanzieren. Wenn man dieses System 1994 für alle eingeführt hätte, dann hätten wir jetzt ungefähr Alterungsrückstellung in der Größenordnung von 450 Milliarden Euro. Und ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, das ist jetzt Schnee von gestern, dann hätten wir heute ganz andere Möglichkeiten, auch auf Fachkräftemangel, auf qualitative Herausforderungen zu reagieren. Aber es ist halt auch noch nicht zu spät, diese Entscheidung zu treffen. Der Wissenschaftliche Beirat vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das auch im letzten Jahr nochmal bestätigt. Immer noch ist das Zeitfenster offen, hier mehr Kapitaldeckung reinzubringen, um langfristig eine Perspektive zu bekommen. Das Thema Eigenvorsorge kommen wir später nochmal zurück. Aber meine Kollegin hat mir signalisiert, indem sie erschienen ist, dass es Fragen gibt. Annika, stell die Fragen. Ja, das Thema scheint zu interessieren. Also ich habe hier einiges bekommen an Fragen. Ich bündel mal ein bisschen, damit das nicht so viel wird. Also es geht einmal, das ist eine Frage, ich glaube, die passt gut zu Frau Borchert als geschäftsführende Pflegeeinrichtungen, ob die Pflegeeinrichtungen entprivatisiert werden sollten. Darf mit Pflegegewinn erwirtschaftet werden? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Pflegeversicherung ja eine Pflichtversicherung ist. Ich denke, das ist eine Frage, die man sich generell für dieses Gesundheitssystem stellen soll. Es betrifft ja nicht nur Pflegeeinrichtungen, es betrifft Krankenhäuser, es betrifft viele Einrichtungen. Und für die Pflegeeinrichtungen kann ich momentan sagen, dass das mit Gewinn gar nichts mehr zu tun hat, weil allein durch die ganze Inflationskosten und die Refinanzierung, die wir teilweise nicht bekommen, aus den Pflegesatzverhandlungen geht es eigentlich jetzt nur noch ums Überleben. Und es passiert nämlich gerade Folgendes, dass eben viele Pflegeeinrichtungen, wie eben auch Krankenhäuser, vor einer Insolvenz dann stehen, wenn man eben politisch nicht reagiert. Und also wenn da jemand jetzt noch die Vorstellung hat, dass man da riesengroße Gewinne rauszieht, dann ist das bei Weitem nicht so. Das kann ich schon mal sagen. Und diese Versorger sind eben auch ein Teil der Daseinsversorgung, um eben die Strukturen sicherzustellen, worüber man durchaus reden kann. Und deshalb sage ich dir, dass die immer Pflege vom Kopf auf die Füße stellen. Letztendlich wollen wir sie ja gar nicht in der stationären Pflege haben. Ich kann sagen, für meine Pflegeeinrichtungen, es ist oftmals so, dass wir Menschen haben, die haben keine Familie oder keine Familie in der Nähe. Und die müssen dann oder sie haben so einen hohen Pflegegrad, dass sie eben dann von uns versorgt werden müssen, weil es einfach nicht anders geht. Und da ist natürlich die Frage, wie werden sie uns das eben auf Dauer auch nicht mehr leisten können? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, es ist wichtig, dass die Menschen, die wirklich noch in einer Häuslichkeit leben und auch Angehörige in der Kommune haben, dass wir die mit den richtigen Rahmenbedingungen unterstützen und damit sie da bleiben, im Prinzip in der Häuslichkeit, wo sie sind. Und da ist es für mich wichtig, dass wir den Kommunen die finanziellen Möglichkeiten geben, damit die Rahmenbedingungen, sowohl Wohnungen entsprechend gebaut werden können, die für das richtige Alter sind, damit die in Wohngruppen wohnen, in Seniorenwohngruppen oder im altersgerechten wohnen. Das ist ja das, was in unseren Städten fehlt. Und auch die Strukturen, Tagespflege ist überhaupt nicht rentabel, lohnt sich gar nicht, gibt es trotzdem, weil die Tagespflege-Refinanzierung ist so, dass man das nur täglich refinanziert bekommt. Die Angestellten stellen die aber für einen Monat ein. Sie haben die Kosten im Monat für Miete, für Angestellte, für alles. Und da müssen wir wirklich eigentlich an die wirklichen Strukturen ran und gucken, wie wir solche Dinge unterstützen können, damit die Menschen wirklich in der Häuslichkeit bleiben. Und da kann man jetzt nicht davon reden, dass man da die großen Gewinne fährt. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich würde sagen, Klaus, wir machen am Ende noch mal eine größere Fragerunde. Das sind wirklich viele Fragen. Dann mach du erst mal weiter, würde ich jetzt auch deinen inhaltlichen Ablauf nicht stören. Dann will ich gerne den Vorschlag von Frau Borchert aufgreifen, den Sie vorhin als gute Vorlage hier ins Gespräch gebracht haben. Ob man vielleicht über die Einstufung bei den Pflegegraden noch darüber nachdenken muss oder noch stärker zugespitzt, sind Pflegegrad 1 bis 5 tatsächlich schon alles Pflegefälle, die wir sozusagen aus der Pflegeversicherung finanzieren müssen. Würde ich einfach mal in die Runde geben. Ich denke, da gibt es sicher Widerspruch. Ich habe es schon gesehen, Frau Kleinschmeinkt, dass Sie da wahrscheinlich eine andere Meinung dazu haben. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass das neue System der Einstufung in den vorletzten Wahlperioden beschlossen worden ist, dann in der letzten zum Tragen kam und insgesamt ja dazu führen sollte, dass wir den Pflegebedarf, den es gibt, auch vernünftig abdecken. Ein großes Problem sind ja vor allen Dingen die Menschen mit demenzieller Erkrankung gewesen, weil die vollständig rausfielen aus dem Leistungskatalog und damit dann auch tatsächlich richtige Pflegenotstände entstanden sind. Insgesamt wissen wir ja relativ wenig dazu, wie die Menschen dann tatsächlich Pflege, professionelle Pflege im ambulanten Bereich beispielsweise wahrnehmen. Wir wissen, wir kennen die Einstufung, wir kennen die Zuschüsse, die gedeckelten Sachleistungen, die da zur Verfügung gestellt werden, aber wie die Ausnutzung ist, wissen wir nicht. Wir müssen sogar vermuten, dass es im ambulanten Bereich, wir wissen ja, vier von fünf Menschen werden zu Hause gepflegt, nicht sehr, sehr viele durch Angehörige und von denen nehmen ja auch nicht alle Pflegeleistungen tatsächlich in Anspruch. Und genau da wissen wir relativ wenig. Die Vermutung in der Fachwelt ist ja schon eine, die, wenn wir ernsthaft echte Assessments hätten, wirklich schauen würden, was ist nicht nur der Bedarf nach Pflegegradeinteilung, sondern was braucht der Mensch, dass wir zum Teil vielleicht Überversorgung vorfinden, aber auch ganz, ganz viel Fehl- und Unterversorgung vorfinden werden. Insofern müssen wir da hinschauen. Wo ich bei Frau Borchert bin, und das ist ja auch Teil unseres Koalitionsvertrages, ist aber zum Beispiel auch in der Stadt, wo ich sehr lange im Rat tätig war, in der Stadt Münster, mit einem ganz breiten Programm vom Ausbau von Pflegewohngemeinschaften für demenziell Erkrankte beispielsweise, mit der Stärkung von Quartierskonzepten, um eben selbstständig Leben trotz Pflegebedarf im angestammten Stadtteil und Umfeld möglich zu machen, auch einen Pflegemix möglich zu machen. Das sind, glaube ich, die ganz, ganz wichtigen Stellschrauben, die zu stellen sind, gerade vor Ort, gerade in den Kommunen, dass es auch so etwas wie eine echte kommunale Pflegebedarfsplanung gibt. In Nordrhein-Westfalen kann man das ja tun. Auch dafür haben gerade Grüne, wir uns sehr, sehr stark gemacht, damit eben nicht ein Anreiz entsteht, in stationäre Versorgung zu gehen, sondern wir brauchen eigentlich die stationäre Versorgung da, wo die anderen Geflechte nicht mehr tragfähig sein können, aus individuellen und strukturellen Gründen. Und ansonsten brauchen wir den Pflegemix, der es eben möglich macht, auf der einen Seite selbstständig zu leben, was ja die allermeisten auch wollen, und gleichzeitig zum Beispiel entlastende Strukturen für die Angehörigen, Tagespflege vernünftig auszubauen, so, dass sie auch sich tragen kann. Da haben wir ja ein großes Problem derzeit. Und gleichzeitig insgesamt die pflegenden Angehörigen auch so zu stärken, dass sie das erstens auf längere Zeit auch durchhalten können. Und zweitens, dass auch, falls sie noch im Beruf sind, auch mit dem Beruf kompatibel ist. Einige Dinge da haben wir jetzt schon vorangebracht, beispielsweise Pflegeunterstützungsgeld, den Anspruch ausgebaut, sehr, sehr wichtig, gerade für pflegende Angehörige. Einiges haben wir an Anpassungen der Pflegegeldleistung gemacht. Da hätte ich mir noch mehr gewünscht, aber immerhin haben wir sie gemacht. Aber wir werden insgesamt zusammen mit den Kommunen, mit den Ländern sehr, sehr stark in die Richtung gehen müssen. Wie kriegen wir eigentlich dauerhaft verlässliche Pflege in den Quartieren gewährleistet? Das wird die große Herausforderung sein, weil wir erleben ja zunehmend in vielen, vielen Regionen, dass einfach niemand mehr da ist zum Pflegen. Und das genau ist die große Herausforderung. Herr Reuters, Sie haben signalisiert, Sie möchten gern dazu auch was sagen? Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung. Also Frau Kleinschmeink hat ja auch zu Recht darauf hingewiesen. 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden monoambulant gepflegt und 20 Prozent stationär. Und wenn wir jetzt anfangen, an dem Pflegebedürftigkeitsbegriff sozusagen rumzuschrauben, da müssen wir, glaube ich, schauen, da muss man das in den Blick nehmen. Weil als wir den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff nach jahrzehntelanger Arbeit sozusagen neu eingeführt haben, da ging es gerade darum, wie Frau Kleinschmeink ja zu Recht auch sagte, die Demenzerkrankten endlich irgendwie einzuwenden, die eben häufig auch nicht stationär untergebracht sind, sondern eben von ihren Angehörigen gepflegt werden. Und gerade auch mit Blick auf die Entwicklung, die wir haben, wir werden die ambulante Pflege stärken müssen durch die Leistungen. Was nicht heißt, dass man noch mal kritisch auf den Pflegebedürftigkeitsbegriff schaut, aber die Grundrichtung muss eigentlich sein, wir müssen sehen, dass die ambulante Pflege ermöglicht wird und die stationäre eben dann wirklich nur die Ultima Ratio ist für die Fälle, in denen es nicht mehr geht. Und da brauchen wir eben auch im ambulanten Bereich, brauchen wir, glaube ich, da auch mehr Autonomie der Pflegebedürftigen bei dem Einsatz der Mittel. Deswegen sind, glaube ich, Pflegegelder, Pflegetagegelder sind viel eher geeignet, weil darüber eben die Pflegebedürftigen dann auch sich Leistungen sozusagen einkaufen können. Und dann kommt nämlich auch was zum Tragen, nämlich sowas wie Reichswettbewerb, Reichsvergleichbarkeit und auch gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle einen Anreiz, überhaupt Angebote zu machen. Weil das ist nämlich auch der Punkt, der für ihn in der Frage noch mal war, darf man überhaupt Geld verdienen sozusagen mit Pflege? Das ist so eine ähnliche Debatte, die wir auch im Krankenhaus haben. Wir brauchen mehr ökonomisches, mehr wirtschaftliches Handeln da. Ja, gerade wenn die Mittel knapp werden, müssen wir Anreize setzen, dass die Angebote, die da sind, dass sie ökonomisch, dass sie effizient sind. Und ein Anreiz ist natürlich auch, dass es eine Gewinnmarge gibt. Auch das ist ganz klar. Und gerade in der Pflege, die ganze ambulante Pflege wird von privaten Anbietern sozusagen dargestellt. Und hier wäre es, glaube ich, eine ganz falsche Richtung zu sagen, das wollen wir alles irgendwie verstaatlichen oder in kommunale Hand geben, weil das würde die Kommunen überfordern und vorhandene Strukturen auch vollkommen in Frage stellen und ging in eine ganz falsche Richtung. Ich spitze das mal noch ein bisschen zu. Also ich habe jetzt mitgenommen, die Pflege, die geleistet wird, die muss individueller sein. Die muss tatsächlich dem Bedarf besser entsprechen als heute ist. Und dafür ist vielleicht das Raster der Pflegegrade nicht das Passende, habe ich mitgenommen. Frau Schmeich, Sie schütteln den Kopf. Aber wenn wir jetzt selbst, wenn wir jetzt sagen, wir machen die Aufteilung der Pflegegrade anders und Frau Borscht hat sie an der Meinung, dass vielleicht da in eins und zwei durchaus Fälle dabei sind, die mit den Leistungen aus der Pflegeversicherung vielleicht falsch bedient sind, vielleicht überversorgt sind, bleibt doch immer noch die Frage, was machen wir denn mit den Fällen, die jetzt in eins und zwei sind, wenn sie nicht mehr von der Pflegeversicherung in dem Maß erfasst werden, wie bisher. Es war ja die Rede von anderen Netzwerken. Die müssen ja am Ende auch irgendwie finanziert werden. Wo kommt das Geld dann für diese Lösungen her? Ja, das ist, also wenn wir Pflegegrad eins und zwei haben und wenn wir die Begutachtungsrichtlinie neu aufstellen würden, dann wird es ja immer einen Personenkreis geben, der die Pflege trotzdem braucht. Und ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe wirklich in meiner Pflegeeinrichtung beobachtet, es gibt relativ einige Fälle mit Pflegegrad zwei, wo ich sage, die brauchen nicht in die stationäre Pflege. Definitiv nicht. Wir haben sogar eine Bewohnerin ins wirkliche Leben wieder abgegeben, ins betreute Wohnen, wo wir gesagt haben, das funktioniert nicht. Einen Bewohner haben wir ganz abgegeben. Also es gibt eben diese Fälle, wo ich sage, also die sind vielleicht eingeschränkt, minimal in der einen, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als Pflege definieren. Und sobald die dann eigenständig wohnen und auch durchaus in der Lage werden, wieder einen niederschwelligen Job, und das konnten die wieder machen, weil wir die wieder reingeführt haben in die Tätigkeit und, und, und. Dann sind sie ja wieder wertschöpfend für die Gesellschaft tätig. Das heißt, sie zahlen es ein. Also ich bin das Geschäftsführer einer Pflegeeinrichtung für hirngeschädigte Menschen. Das heißt, mein jüngster Bewohner ist 18. Also das ist jetzt keine Senioreneinrichtung. Man verbindet Pfleger mit Alter. Also nicht nur bitte, ja. Und, aber genauso gibt es eben auch Senioren, die wirklich noch gut drauf sind, die sagen, also ich könnte mir schon noch vorstellen, auch noch was machen, einfach um am Tagesgeschehen zu bleiben, um geistig fit zu bleiben, auch wenn ich körperlich ein bisschen eingeschränkt bin und solche Dinge. Und da muss man ein bisschen zielgenau, weil dieses Thema Unterüber- und Fehlversorgung, das ist ein Thema. Das ist ein Thema nicht nur im medizinischen Bereich, das ist ein Thema auch im pflegerischen Bereich. Und da muss man genauer hingucken. Und zur Wahrheit gehört eben auch, und so traurig wie das ist, ist eben das eben auch einige, die den Pflegegrad brauchen, um ihre persönlichen Finanzen sicherzustellen. Das ist traurig, dass das Menschen im Alter brauchen, ja. Aber das ist in dem Sinne nicht Aufgabe der Pflegeversorgung. Da müssen wir dann andere Wege und Möglichkeiten finden, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb muss man diese Kriterien wirklich sauber trennen davon, was bedeutet Pflege, in welchen Pflegegraden. Das soll auch jeder kriegen. Ich rede wirklich von den Fällen, und davon habe ich, wie gesagt, einige bisher in meiner Praxis durchlaufen, wo ich sage, na, also die könnten durchaus alleine wohnen, auch ohne Hilfe. Und da muss man vielleicht noch mal ein bisschen an den Begutachten, oder wie ich es auch gesagt habe, individueller die Pflege gestalten, passgenauer machen. Also das halte ich, da gibt es Möglichkeiten, da kann man einmal Reserven heben. Und zur Wahrheit gehört eben, und so ehrlich müssen wir uns machen. Wenn wir bei den allen bleiben, wie es jetzt ist, werden wir, können wir uns das nicht mehr leisten. Ich gehöre zu den Babyboomern. Spätestens, wenn ich in 15 Jahren irgendwo in das Alter komme, ich würde auch noch gerne, falls ich es brauche, ich arbeite daran, dass ich es nicht brauche, aber wenn ich es brauchen sollte, würde ich gerne auch eine gute Pflege haben wollen. Nur diese paar Kinder, die jetzt alleine Steuern zahlen, wenn ich sehe, wie hoch die Lohnnebenkosten sind, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Renten, wer soll denn das irgendwann bezahlen? Das heißt, das klingt immer alles schön, aber wir werden uns ehrlich machen müssen, uns genau hinschauen müssen, was können wir uns leisten, in der guten Qualität, wenn es richtig ernst wird, für die Menschen in unserem Lande. Und das ist eigentlich wichtig. Da knüpfe ich mal schnell an, weil das hatte ich mir in Vorbereitung auf das Gespräch auch rausgesucht. Also das Wissenschaftliche Institut der privaten Versicherer, die haben eine Prognose abgegeben bis 2040. Danach steigt der Beitragssatz in der Pflegeversicherung in der Spannweite von 4,8 bis 7,2. Herr Reuter hatte vorhin gerade den aktuellen Satz genannt, da liegen wir bei 3,4 Allgemeinbeitragssatz und 4 Prozent für die Kinderlosen. Also da ist ja schon ein erheblicher Anstieg zu erwarten. Sind wir diesem Anstieg ausgeliefert? Und wenn wir es nicht sein wollen, was tun wir dagegen? Die Überlegungen, die Sie jetzt gemacht haben, könnten vielleicht dazu beitragen. Gibt es andere Möglichkeiten? Oder müssen wir uns generell die Frage stellen, aus welchen Quellen wird denn Pflege finanziert? Die SPD hatte unlängst in einer Diskussion gesagt, man brauche den Steuerdoppelwumms in der Pflege. Ist das die Lösung? Mehr Steuer finanziert? Dann wären wir vielleicht an dem Stand, wie vor 1995, wo ja alles mehr oder weniger aus Steuermitteln bezahlt wurden. Daher meine Frage, also zum einen, wie bremsen wir diesen Beitragsanstieg? Und zum anderen, wo kommt das Geld her, wenn die Pflegeversicherung eben nicht mit ständig weiter steigenden Beitragssätzen leben soll? Herr Klein-Schmeink. Herr Klein-Schmeink. Also vorweg würde ich als erstes sagen, das, was wir gemeinsam solidarisch finanzieren, ist die beste Lösung, die wir überhaupt finden können. Also es ist aus meiner Sicht kein Weg, das Pflegerisiko zu individualisieren und zu privatisieren. Weil gemeinsam können wir mehr schaffen als einzeln. Und da gehören verschiedene Elemente dazu. Da gehört einmal all das, was wir an Pflegeleistungen über die Pflegeversicherung absichern. Und ich hatte ja bei der ersten Frage schon gesagt, wir machen gesamtgesellschaftlich einen großen Fehler, dass wir der Pflegeversicherung Aufgaben aufbürden, die da eigentlich gar nicht hingehören. Wenn wir das nicht so täten, hätten wir sehr viel mehr Spielraum auch nach vorne hin, wo wir wissen, dass es mehr Menschen zu versorgen gibt mit Pflegebedarf. Das ist der eine dann. Der zweite Teil ist, in der Tat machen wir zu wenig an Prävention. Gerade auch an Prävention im höheren Alter. Weil wir ja erleben, dass es ein Nachlässen von verschiedenen Fähigkeiten eigentlich ab 60 Jahren doch deutlich gibt. Und wir wissen auch, dass wir da gut gegensteuern können durch verschiedenste Unterstützungen, die einfach insgesamt die Funktionsfähigkeit des Menschen mehr fördern und unterstützen. Da müssten wir viel mehr tun. Nächster Punkt ist, den hat ja Herr Reuter schon angesprochen, dass die Länder und die Kommunen eigentlich im Rahmen der Pflegeversicherung und der Einführung Aufgaben übernommen hatten. Nämlich die Investitionsförderung auch zu bezahlen. Das tun, ich glaube, es sind nur zwei Bundesländer überhaupt, die ein Wohngeld an der Stelle kennen. Und auch das ist nicht kostendeckend. Und gleichzeitig wurde ja eben auch die Summe genannt mit 400 plus. Plus, ich glaube, in meinem Bundesland ist sogar deutlich höher, die dann durch die Pflegebedürftigen selbst aufzubringen sind. Also da könnten wir eine ganze Menge tun. Und wenn wir einfach ernst nehmen, dass jeder ältere Mensch ein Bürger und eine Bürgerin in einer Kommune sind und damit auch Anspruch haben, auf Teilhabe, auf mitgedacht werden. Und dass wir einfach altersgerechte und alternsgerechte Stadtteile, Ortsteile brauchen, eine Mobilität, die auch dem höheren Alter gerecht wird. Und da brauchen wir ein grundsätzliches Umdenken. Und wenn wir das tun, dann sind wir, soweit wie es möglich ist, ist, glaube ich, gewappnet, um dieser zunehmenden Alterung auch ein Stück gerecht zu werden. Und man muss ganz klar auch sagen, das sehen Sie im Moment sehr, sehr deutlich, durch die Zuwanderung, die es gegeben hat und wo wir auch wissen, wir brauchen noch mal mehr Fachkräftezuwanderung, werden wir ja auch wieder mehr jüngere Menschen nach Deutschland holen. Auch das ist etwas, was wir mit in den Blick nehmen müssen. Wir sehen ja, dass es doch einen sehr, sehr großen Unterschied ausmacht, ob die Prognosen bezogen auf die Zusammensetzung der Bevölkerung überhaupt so eintreffen, wie wir sie von jetzt hoch rechnen, dass also Zuwanderung schon einen großen Faktor ausmachen kann, sowohl fürs gesamtgesellschaftliche Wirtschaftswachstum und die Wirtschaftlichkeit insgesamt, das Bruttoinlandsprodukt, als auch dafür, wie wir die Herausforderungen der Demografie auch schultern können. Und dazu gehört auch noch, das würde ich ganz deutlich sagen, ein Verständnis davon, dass jeder auch mit tun muss. Wir gehen heute viel gesunder in die Rente, jedenfalls ein großer Teil, nicht alle, das müssen wir auch zugestehen. Aber die, die in Rente gehen, haben ziemlich viele gesunde Lebensjahre statistisch gesehen vor sich. Und viele sind ja auch ehrenamtlich tätig und wir werden genau das auch weiterhin brauchen. Deshalb wird auch die Nachbarschaftshilfe in Pflegekontexten und Unterstützungskontexten eine Rolle spielen müssen, weil wir es ansonsten wahrscheinlich nicht gestemmt bekommen. Bevor Frau Borchert zu Wort kommt, würde ich gerne was zu Zuwanderung noch sagen. Wir sollten da nicht allzu große Hoffnung haben, dass die Zuwanderung unser Alterungsproblem löst. Also sie entschärft ein bisschen was, aber die allgemeine Alterung der Gesellschaft wird sie nicht verhindern. Weil wir dann bräuchten die Zuwanderungsfaden, die noch deutlich über dem liegen, was wir bislang in den letzten Jahren erlebt haben. Frau Borchert. Ja, also ich bin der Meinung, wir brauchen eine systemische Veränderung und zwar eine Prozessveränderung. Wir können in einem Krankenprozess und das ist das momentan für mich, die Finanzierung der Pflege- und Krankenversicherung, nicht noch mehr Geld reinstecken. Davon wird der Prozess nicht besser. Wir müssen wirklich an den Strukturen jetzt etwas ändern. Und wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Wir verdrängen es oder wir sind nicht mutig genug, aber wir müssen eine Veränderung herbeiführen. Und dazu brauchen wir mutige Politiker, ja, weil es wird nicht immer für alle jetzt gut ausgehen, aber es ist wichtig und das möchte ich nochmal vorab stellen, dass die Menschen versorgt sind, die es brauchen und die an der richtigen Stelle versorgt werden. Und da gibt es für mich ganz klar einige Maßnahmen. Die erste Maßnahme wäre, dass man die Angehörigen stärkt. Und zwar mehr als es bisher ist. Die kam mir einfach in dem letzten Pflegegesetz zu kurz, dass wir da das Pflegegeld wirklich erhöhen, weil was Politik vergisst, um am Ganzen zu denken. Ich sage mal, wenn die Pflegebedürftigen durch die Angehörigen gepflegt werden und in der Häuslichkeit bleiben, das Pflegegeld ist wesentlich günstiger finanziell gesehen als die stationäre Pflege. Da bezahlen wir doppelt und dreifach so viel. Und am Ende ist es so, und deshalb kann ich auch die Zahlen von Herrn Reuter nicht ganz nachvollziehen, bei uns in den neuen Bundesinnen oder in Mecklenburg-Vorpommern ist es so, wir haben unheimlich viel Sozialhilfeempfänger in den stationären Pflegeeinrichtungen. Das heißt, der andere Teil wird von der Kommune bezahlt. Das sind unsere Steuern. Das heißt einmal Pfleger und immer Steuern. Das sind aber immer die gleichen Beitragszahler oder Steuerzahler. Das werden ja immer weniger, wenn wir ehrlich sind. Und deshalb sage ich, wenn wir die Angehörigen stärken und die Menschen in der stationären Pflege nicht ankommen, dann sparen wir da in der Pflegeversicherung und die Kommune spart auch nochmal ihren Anteil. Deshalb müssen wir alles tun, um diesen Personenkreis so stark zu machen, so fit zu machen, um die fachlich auch zu unterstützen, um Wohnraum zu schaffen, um Wohngruppen zu schaffen, damit genau dieses Konstrukt eben dementsprechend passt. Und wie gesagt, dazu gehört für mich auch, Tagespflege muss vernünftig finanziert werden, dass auch die Pflegeeinrichtungen sagen, ja, das rechnet sich nicht nur, sondern wir können auch hier eine gute und sehr gute Qualität sicherstellen. Und die Begutachtungsrichtlinie, das ist nur ein Bruchteil, ein Puzzlestück, in dem vielen Maßnahmen die greifen müssen, damit wir hier eine Veränderung herbeiführen können. Genauso ist ein Puzzleteil die Vorsorge über private Möglichkeiten für jüngere Menschen, dass wir das steuerlich zum Beispiel möglich machen, dass man das steuerlich absetzen kann, wer sich privat Pflege versichert. Dass man solche Möglichkeiten schafft und wir müssen natürlich an die Strukturen ran. Thema Fachkraftquote. Wir machen uns durch die strengen Regularien in der Pflege, das Leben ist teilweise selber schwer und an diese Regularien gehen wir nicht ran. Und da muss man aber ran. oder Refinanzierung der ambulanten Pflege. Streiten wir uns mit Kassen, ehe wir dann eine Pflegesatzvereinbarung kriegen. Den ambulanten Pflegediensten steht aber das Wasser bis zum Hals. Die kommen nicht mehr umhin, aber es interessiert keiner. Da wird nichts gemacht. Die Kassen haben eine Macht jenseits von Gut und Böse. Und es gibt viele Stellschrauben, die man ansetzen könnte. Und das waren ja nur einige davon. Man könnte jetzt noch die Lachen vorführen. Das war ja ein Feuerwerk an Vorschlägen. Jetzt aber in einem sprechen Sie mir tief aus dem Herzen. Ich habe es schon bei der Einführung der Pflegeübersicherung 95 nicht begriffen, warum man die häusliche Pflege so viel schlechter stellt als die stationäre. Wenn man von Anfang an die Betreuung durch die Angehörigen deutlicher aufgewertet hätte, auch was die finanzielle Unterstützung betrifft, denn in der Regel gibt ja dann einer irgendwo seine Tätigkeit auf, wenn er noch berufstätig war. Dann hätte man vielleicht unter Umständen auch noch ein anderes Verhältnis mit weniger stationärer Behandlung. Insofern, da sprechen wir tief aus dem Herzen. Aber Herr Heuter wollte sich zu diesem Themenkomplex eben so äußern. Ja, drei Punkte gerne noch auch anknüpfend an das, was Frau Kleinschmeink und Frau Borchert gesagt haben. Erst nochmal vielleicht zu der Dimension, die es zu refinanzieren geht, wenn man von den heutigen Leistungen ausgeht. Sie haben die Beitragsatzprognose des WIPS angesprochen. Man kann das auch umrechnen in absolute Zahlen. Und wenn man dann schaut, was bräuchte man an Steuermitteln, um das zu stabilisieren, dann bräuchte man allein im Jahr 2030 etwa 50 Milliarden Euro, wenn wir so weitermachen, wie in den letzten zehn Jahren. Und wir sind ja gerade in einer lebhaften Haushaltsdebatte. 2030 ist das Ende der nächsten Legislaturperiode. Das ist eine gigantische Dimension, die man da bräuchte, was einfach, glaube ich, heißt, das ist keine Alternative, hier auf Steuermittel zu setzen. Der zweite Punkt, auch ganz wichtig, wurde auch angesprochen, Prävention. Da kann man auch sehr, sehr viel machen und ist auch irgendwie, ist natürlich auch ein Teil von Eigenverantwortung. Wir als Verband sind in einer Vielzahl von Projekten unterwegs und auch in Angeboten. Und zwar nicht nur Prävention für die Pflegebedürftigen selber, sondern auch für die pflegenden Angehörigen. Die dürfen nicht überlastet werden durch die pfleggerische Situation. denen muss geholfen werden, dass sie diese Situation idealerweise auch ohne die Aufgabe einer eigenen Berufstätigkeit bewältigen können. Bei Prävention gibt es eben ein methodisches Problem, bis das wirkt, das dauert. Und bis es auch greifbar wirkt, auch das ist auch schwierig. Wir haben ganz, ganz wenig Zahlen darüber, was man mit Prävention erreichen kann. Und angesichts der Dynamik der Demografie wird das auch nicht reichen. Und wenn man sich das nochmal anschaut, die meisten Deutschen sind 64 geboren, die gehen 2030 in den Ruhestand, dann sind die nicht direkt pflegebedürftig, sondern die statistisch tritt die Pflegebedürftigkeit erst 20 Jahre später auf. Was auch heißt, auch die Babyboomer haben noch 20 Jahre Zeit, ihren Beitrag zu leisten, um die absehbare, um das absehbare Gap sozusagen aufzufüllen. Und deswegen muss in der nächsten Pflegereform, wann auch immer die kommt, muss eine Stärkung von mehr Eigenvorsorge drin sein, damit nämlich alle auch in die Pflicht genommen werden, hier was zu tun. Und da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, angefangen von individuellen Pflegezusatzversicherungen, die im Moment staatlich in keiner Weise gefördert sind. Sie haben keinen Vorteil im Moment steuerlich oder sozialversicherungsabgaben richtig. Gleiches gilt für betriebliche und tarifliche Lösungen. Auch dafür gibt es gute Beispiele, etwa in der Chemieindustrie, wo auf einem Schlag sozusagen 500.000 Menschen abgesichert sind. Aber selbst Modelle einer Verpflichtung, selber Vorsorge zu betreiben, haben wir gerechnen lassen. Als sogenanntes Pflegeplus-Produkt ist jetzt nicht mehr die Zeit, das im Detail darzustellen. Aber auch das würde es erlauben, die finanzielle Problematik in dem Thema deutlich zu reduzieren und es würde die gesamte Bevölkerung auch in die Pflicht nehmen, was, glaube ich, extrem wichtig ist, weil es kann nicht sein, dass wir einfach so weitermachen in der Hoffnung, dass dann irgendwann die Jungen sozusagen die Zeche zahlen. Und das heißt, wir brauchen neben den anderen Themen, die alle ihre Berechtigung haben, brauchen wir mehr Eigenvorsorge und auch mehr Ansparen auf die Zukunft. In der verbleibenden Zeit gebe ich jetzt meiner Kollegen schnell noch die Chance, noch auf die Fragen zu schauen. Es hat sich dann noch einiges angesammelt, vermute ich. Ja, wir haben zum Beispiel eine Frage vom Arbeitgeberverband Pflege. Dort geht es um die Pflegeplätze. Also alle Pflegeeinrichtungen, mit denen Sie gesprochen haben, rechnen dann für nächstes Jahr mit einem Nettoverlust an Pflegeplätzen, weil sie einfach das von den Kosten ja nicht mehr stemmen können. Gleichzeitig wollen ja immer mehr Menschen einen Pflegeplatz haben. Was konkret planen Sie denn in den nächsten Jahren, um diesem Verlust von Pflegeplätzen entgegenzuwirken, Frau Kleinschweig und Frau Borchardt? Aus meiner Sicht geht es eigentlich weniger darum, dass Pflege nicht nachgefragt würde, sondern dass wir die Pflegekräfte dafür nicht haben. Ich kenne hauptsächlich Einrichtungen, die Plätze nicht belegen konnten, weil sie einfach die Sicherstellung der Personalkote nicht hingekriegt haben. Das ist das, was ich jedenfalls am allermeisten höre. Und das ist ein anderer Grund, als der zu sagen, die Refinanzierung stimmt nicht. Ich glaube, an der Stelle müssen wir deutlich schauen und wir müssen an der Stelle natürlich alle Maßnahmen ergreifen, die Arbeiten in der Pflege attraktiv machen. Und vorhin kam ja mal die Frage der Zuwanderung und Migration. Bei mir in der Stadt, wenn Sie ein Pflegeheim, eine stationäre Einrichtung besuchen, dann werden Sie sehr, sehr viele haben, die einen Migrationshintergrund mindestens haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir da von der Überzahl der Beschäftigten sprechen und nicht von der Unterzahl. Und das zeigt sehr, sehr deutlich, dass wir an den Stellen, wo es gerade darum geht, dass stationäre Einrichtungen nicht ausgelastet werden können, einfach deshalb, weil sie das Personal nicht vorhalten können, dass das einer der Schlüsselthemen sein wird. Und das Gleiche haben wir im Übrigen auch in der ambulanten Pflege. Bei mir in der Stadt ist es so, trotz aller Maßnahmen, die wir ansonsten ja zur Stärkung der ambulanten und der häuslichen Pflege unternehmen, dass einfach das Personal nicht da ist. Und da müssen wir sehr, sehr flexibel noch mal drüber nachdenken. Frau Borchardt hatte ja auch schon den Pflege-Mix und den Qualifikations-Mix angesprochen. Da werden wir nachdenken müssen, weil wir anderweitig sonst die Sicherstellung nicht hinbekommen werden. Das ist die große Herausforderung. Und was genau plant die Politik, um die professionelle Pflege zu erhalten? Das war eine Frage vom Deutschen Pflegerat. Vielleicht an Sie, Frau Borchardt. Also noch mal zu den leerstehenden Betten. Also es ist definitiv so, dass Betten leerstehen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir die Pflegefachkraftquote nicht erfüllen. Die finde ich völlig unsäglich, muss ich sagen. Da muss Politik endlich ran. Weil die Bedarfe sind da, das sagte Frau Kleinschmeig, das ist auch richtig so. Nur wenn ich Betten leerstehen lasse und das nur belegt kriege, wenn ich teure Leiharbeit einkaufe, das funktioniert so nicht, weil das kriege ich nicht refinanziert. Aber wir könnten das Problem lösen. Man kann nämlich die Pflegequote senken, deshalb haben wir keine schlechtere qualitative Versorgung, weil die Vorhalteaufgaben für Fachkräfte, ich habe gar nicht für 50 Prozent Vorhalteaufgaben. Damit hätte ich dann die Möglichkeit, die Betten zu belegen mit Hilfskräften und Betreuungskräften. Das wäre durchaus möglich mit einem anderen Qualifizierungsmix, aber die Vorhalteaufgaben werden ausschließlich von Fachkräften gemacht, so wie es üblich ist und wie es auch richtigerweise ist. Für uns stehen unsere eigenen Restriktionen wirklich im Wege und damit könnten wir schon einen großen Teil abfedern. Wir haben Pflegeeinrichtungen, die können zwei, drei Häuser, Riesenhäuser nicht belegen aufgrund dieser unsäglichen, sage ich mal, Fachkraftquote, was wir da haben. Und zum Thema Refinanzierung nochmal, natürlich fällt die uns auf die Füße, weil wir kriegen zwar die Personalkosten refinanziert, aber jede Inflationskosten werden wir nicht richtig berücksichtigt, die Sachkosten werden nicht richtig berücksichtigt, dass Pflegeeinrichtungen werden auch in eine kalte Strukturbereinigung gehen und werden immer mehr vom Markt verschwinden, wenn man da politisch nicht gegensteuert, und das sind nun mal Kosten, die können die Einrichtungen nicht so stemmen und wir können sie auch nicht auf die Bewohner einfach so privat umlegen. Das funktioniert nicht. Der Pflegeplatz kostet jetzt schon 3.700 bis 4.000 Euro. Also deshalb sage ich, wir brauchen hier einen systemischen Ansatz, dass das wieder vernünftig alles auf gerade Füße gestellt wird. Ansonsten kommen wir nicht umhin und dann könnte ich vielleicht nochmal den Ausflug zum Rotgang-Gutachten machen. Da ist ja nochmal sehr schön beschrieben, wie so ein Pflegemix aussieht und ich muss ehrlich sagen, das auch theoretisch und ist das wirklich auch super, aber wenn man sich das in der Praxis aussieht, habe ich gar nicht das Personal dafür, ganz zu schweigen, dass da Abschlüsse gefordert werden, die es noch gar nicht gibt, dann denke ich, das Gutachten ist zwar gut und schön, aber ist für die Praxis für mich gar nicht so weit erstmal umsetzbar. Also das sind immer viele Dinge, die dann eben zusammenführen. Wir müssen nur aufpassen in der Politik, wenn uns diese Strukturen jetzt wegbrechen, ambulant wie stationär, wir kriegen sie nicht wiederhergestellt. Wenn die erstmal kaputt sind, sind sie kaputt und wir brauchen sie alle ganz dringend und deshalb kann ich nur davor raten, dass wir da wirklich jetzt schnelle, unkomplizierte und pragmatische Lösungen finden, damit diese Pflegeeinrichtungen ambulant wie stationär am Netz bleiben und die Versorgung weiterhin sicherstellen können. Eine letzte Frage schaffen wir noch, die anderen leider nicht mehr, denn die Zeit ist um. Bitte um kurze Antwort. Warum beteiligt man zum Beispiel nicht die Gewinne der Wirtschaft an den Sozialsystemen und das eben nicht nur die Sozialversicherungspflichtigen beschäftigen, die Pflege tragen finanziell? Wer mag? Frau Kleinschmink. Ja, dazu sage ich gerne was. Sie kennen das Konzept der Bürgerversicherung. Reuter wird etwas kommen, wobei wir das ja durchaus als ein integriertes System denken, wo auch die Private mit einbezogen wäre und in der Tat muss man sich ja fragen, warum sind nur die sozial, die abhängig Beschäftigten Einkommen an der, an den Sozialbeiträgen beteiligt und nicht auch andere Einkommensarten. In der gesetzlichen Krankenversicherung haben und auch in der Pflegeversicherung freiwillig haben wir ja den Einbezug auch von anderen Einkommensarten. Das müssten wir eigentlich durchgängig haben, weil es gibt eben diejenigen, die große zusätzliche Einkommen haben, die sie aber nicht vorbeitragen müssen und insofern ist das an der Stelle richtig, aber eben wurde gerade auf die Steuer abgehoben. Ich wäre schon sehr, sehr glücklich, wenn wir die Aufgaben, die gesamtgesellschaftlich sind und eben nicht Beitragszahleraufgaben, dann auch tatsächlich steuerfinanziert finanzieren würden. Es gibt kaum andere Bereiche, wo die Ausbildung umgelegt wird auf einen Beitragszahler. Es gibt kaum andere Bereiche, wo die Rentenpunkte, die ehrenamtlich Tätige, so könnte man das ja bei den pflegenden Angehörigen beschreiben, dann aus der Beitragssumme bezahlt werden muss und nicht durch die Allgemeinheit. Da wären wir schon einen ganz großen Schritt weiter, wenn wir das hinkriegen würden und insofern diese beiden Baustellen kann ich da nehmen. So gern wie ich jetzt noch über die Bürgerversicherung ganz knapp. Ich wollte nur noch mal meinen Spruch sagen, mehr Geld in einem Krankensystem nützt nichts, davon wird das System nicht besser und wenn wir Unternehmertum noch weiter, ich meine die Zahlen ja steuern, die sind ja auch freiwillig krankenversichert, hat ja Frau Kleinschmeig gesagt, auch die Zahlen ihre Krankenversicherung bis zur Beitragshöchstgrenze ein oder sind PKV versichert und bei den Einkommensarten, da wäre ich vorsichtig, weil da sind wir genau an dem Punkt, das ist nämlich genau andersrum, die gesetzlichen und bei den gesetzlichen Rentnern werden nämlich die Beiträge für alle Zusatzeinnahmen nicht berücksichtigt und bei den freiwilligen Rentnern, was die Unternehmer sind, da werden alle Beitragseinnahmen berücksichtigt, das heißt, die zahlen schon überproportional mehr, das können Sie gerne auf den Prüfstand stellen, das ist deshalb, also bevor man diese Diskussion lostritt, sollte man genau gucken, bedenke das Ende, danke. Also ich hätte mich jetzt gern noch über das Thema Bürgerversicherung mit Ihnen gestritten, es geben mir noch so viele Punkte, die wir jetzt besprechen können, als junger Journalist hatte ich immer Angst, dass mir die Fragen ausgehen, je älter ich werde und das zeigt sich heute wieder, bleiben bei mir immer Fragen übrig und so ist es auch heute, also ich habe noch eine ganze Reihe von Themen auf meinem Zettel, die ich gern diskutiert hätte, ich hätte auch Herrn Reuter gern noch die Möglichkeit gegeben, über die Pflegeinitiative des Verbandes mal ein paar Worte zu sagen, man könnte darüber reden, was ist Pflege und betriebliche Altersversorgung, da gibt es ein paar sehr schöne Beispiele in der Wirtschaft, also wir könnten sicher noch zwei oder drei Stunden Diskussionen füllen, wir haben leider immer das Versprechen abgegeben, dass wir uns auf eine Stunde beschränken, wir sind schon etwas drüber im Augenblick, deswegen so leid wie es tut, ich würde an diesem Punkt die Runde beenden wollen, es gab sehr, sehr viele Vorschläge in dieser Runde und das zeigt mir auch, wir müssen weiter darüber reden, Ideen gibt es, es gibt durchaus eine Reihe von Reformansätzen, die man anpacken könnte, die vielleicht uns ein bisschen aus dieser Schleife rausführen würden, die wir ständig erlebt haben, ich hatte angefangen mit täglich grüßt das Murmeltier, jährlich grüßt die Beitragserhöhung oder die Pflegereform, insofern glaube ich, dass gerade der Wunsch von Frau Borcher, dass man sich das System nochmal anschaut, wahrscheinlich der zielführendste Ansatz wäre, dass man also nicht die vielen kleinen Stellschrauben, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, einzeln und nacheinander betätigt und kleinere Effekte erreicht, die dann zeitlich begrenzt sind, sondern wirklich da auch nochmal die Systemfrage stellt und ich fand den Spruch so gut von Ihnen, Frau Borcher, das System von dem Kopf auf die Füße stellen, damit würde ich aus der Diskussion heute rausgehen wollen, in der Gewissheit, dass wir noch mehrere solche Runden werden führen müssen, für heute ist die Zeit vorbei, ich bedanke mich bei Ihnen hier in der Runde recht herzlich für Ihre Zeit und für Ihre guten Vorschläge und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauern und bei den Zuhörern, das ist die letzte Veranstaltung, die wir in diesem Jahr gemacht haben, Weihnachten ist ja nicht mehr so weit, ich möchte auf eine Sache noch aufmerksam machen, wir werden in der nächsten Woche eine kleine Ratgeberbroschüre zum Thema Pflege vorstellen, wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie auf unsere Seite vorbei, wird im Laufe der nächsten Woche auf der Seite zur Verfügung stellen, ansonsten hoffe ich, dass wir Sie im nächsten Jahr wiedersehen in unserer Veranstaltung, recht herzlichen Dank, bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.